. Servus, grüß euch. Ich bin's, der Stefan vom Schliersee-Magazin. Wart ihr schon mal beim Eisstockschießen? Nein, noch nicht? Dann wird's jetzt aber Zeit. Denn wir haben hier am Schliersee ganz viele Möglichkeiten, wo ihr Eisstockschießen könnt. Und da nehm ich euch heute mal mit. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich wünsche euch viel Spaß dabei! . . . . Das war's. Das war's.